HAAAGH! Da! Da ist der Punkt! Ne, das wars! Er ist kaputt! Der Spoiler ist kaputt! Er fährt nicht aus! Du wieser Wollstand! Klappst du? Hallo? Er ist doch da! Nein, 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 nein! Ey, nein, nein, nein! Ey! Wissen machen wir denn? Wir sehen gar nicht mehr hier rüßelden. Ey, es sind halt so schlechte Menschen, Digga, wo bist du Digga? Deinen Arsch hole ich mir jetzt, ey! Hehehehe, ich mag ihn! Oh, nein, warum? Ey, oh! Ey, ich hab keinen Bock mehr, komm mal was anderes machen! Hahahaha! Ey, aaaaaaah! Kurz bevor ich erst mal ein Stück gefallen... Ah, nicht hab' wieder! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Nein, ey! Digga! Das kann doch nicht euer scheiß Ernst sein, alter! Ich spawne den tot, spawne den tot, spawne den... Ey! Jetzt wär so ein Zwischenpunkt hier schon nicht, äh... Jaaaaah! 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 Ah! 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 Oh jaaah! Ja, Mann! Ah, Mann! Uuuu! Okay, ich bin wahrscheinlich zu dämlich! Ich dreh mich auch noch mit! Ah! Ah! Nein! No! 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 Ah! Oh! Oh, das ist nicht das! Das ist nicht das! Was? Oh! 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 No! Oh! 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 Nein! Kroni fragt mich, ob ich Snapchat habe. Willst du mir nackt wieder schicken? Nein! Aber ich lebe noch! Ich lebe noch! Okay, alles gut. Guck mal, wie ich mit ihm hier Fußball spiele! Guck mal, er ist oben drauf! Guck mal! Geil, ey! Er fährt einfach mit mir mit, ey! Nein! Alter, der Speed Speed spät ausgelöst! Speed Speed spät ausgelöst! Hä? Ich kann nicht mehr nach rechts fahren! Guck mal, ich lenke richtig hart nach rechts! Er fährt Auto mal einen Stahl lang! Warum? Nein! 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 Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Nein! Hallo! ich bin durch mein motor ging aus die zündung zu krass gedrückt habt ihr das gehört man hat ganz klar kurzzeitig gehört so fallen ist wenn ich falle oder oh wo bist du ich fick dich so rechts und links in die ecke alter tschüss ey also die müssten vielleicht mal so ein bisschen so ein bisschen dystopie reingehen so okay was passiert wenn man irgendwie kann pokémon als sexsklaven hält oder so was gibt es so viel was gibt es für kranke szenarien die man dadurch stehen kann wenn jemand an der gleichen position steht oder oben vor dir steht und er schafft es er klettert hoch und fängt dann zu schreiben anstatt seinen scheiß arsch weg zu bewegen ich bin ein bisschen an kitzeln hier vorne es gibt mir doch den lümmel da ja ich will doch nur die zitze nehmen nein nein es ging es ist er ist kaputt der spoiler ist kaputt er fährt nicht aus wer ich in so einem inraum von so einem staubsauger alter die ganze zeit kommt neue scheiße reingeflogen wenn man so scheiße wegsaugt und ich bin in den beutel ja 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 ich mach hier aber heftige stunts maxi junge mach keine scheiße maxi ich mach hier aber heftige stunts deko darf ich mir ein dina 1 wurstfachbild von dir aufhängen es ist kein kontakt warum kann ich nicht dahin klettern wo jemand steht wenn du doch fucking kein kontakt habt ihr wollt nicht dass ich hier first trail durchkomme oder noch erster werde kann ich die herzen heute nicht entgegen nehmen ich habe heute leider kein herz die kamerabang nein nein ich bin ich bin unter dem windrad weil er steht das noch für eine million euro spende das deko die arsch haben verwandelt ja aber auch immer noch eine million euro ja vielleicht nehme ich dir müssen was ab los rette mich maxi ja ich die kummer wieder lost heute nicht verarschen als ob ihr irgendwie gerade wisst nicht herauskomme okay also die leitplanke da ist doch wasser was rafft ihr denn nicht habt ihr keine augen im kopf hier ich bin doch hier mitten im meer alter wenn ich über die leitplanke rüberkomme das habe ich ja gerade schon gesehen was soll das denn also ich lasse es hier stand ich doch gerade habe gesehen dass da das scheiß das scheiß ziel ist also bitte einmal durchreichen dankeschön da stand zuvor das kommt jetzt keiner wissen ja das ist ja auch wirklich keiner wissen echt kann man irgendjemand im chat mir irgendwie bei bei stimmen oder ich komme keine zwei meter mehr weit jetzt hier alter nein willst du mich verarschen oder was nein dazu hat vor 18 minuten aufnahme gestartet warte warte ich bleib da bleib da ich habe mich selber gebleibet bin erstaunt was für ein hektiges geht an den tag legen du schmutziger bastard alter du freuchter fick furz alter verpiss dich doch einfach nein nein ich muss drauf bleiben bitte nein 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 ja nein 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 Ja, ich sehe nichts mehr. Guck mal, wie die alle zurückfahren wollen. Nein, nein. Nein, ja. Oh, ey, guck mal, wie viele es hier versuchen, mich wegzuholgern.